Mein liebes Publikum, trotz Corona-Krise musiziert das Landesjugendorchester Thüringen fröhlich weiter. Und deswegen laden wir euch zu unserer Aufführung vom Dornröschchenwalzer von Tchaikovsky ein. Wir freuen uns, euch im nächsten Jahr zu unserer Konzertreise in St. Petersburg zu sehen. Bleibt alle gesund und in einem Jahr treffen wir uns alle hier. St. Petersburg 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 Untertitelung des ZDF, 2020